Du bist ein Sonnenschein 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 Das ist die Realität. Heute ist 10-Sommer-Nacht bei Ikea. Ich denke, ich möchte ihn ganz auf den Weg und so auf den Weg. Heute ist 10-Sommer-Nacht bei Ikea. Die Blüttel haben gekostet und jedes Sonderangebot. Die Schlacht ist vorbei, die Schlacht ist geschlagen. Ich hab all die allerbesten Schläppchen auf dem Wagen. Es gibt nur ein Problem, da bin ich schon bei den Kassen. Ich hab mein Portemonnaie nach Hause liegen lassen. Hey, machen Sie mal die Kasse frei nach vorne! Das war's dann mit der Liedsommer-Nacht bei Ikea. Mit dem schönen Tag am Leben und so raus. Oh, der Liedsommer-Nacht bei Ikea. Heute ist 10-Sommer-Nacht bei Ikea. Heute ist der Liedsommer-Nacht bei Ikea. Mit dem schönen Tag am Leben und so raus. Oh, der Liedsommer-Nacht bei Ikea. Die Blüttel haben gekostet und jedes Sonderangebot. Oh, der Liedsommer-Nacht bei Ikea. 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 Was ist das? Ich kann auf den Zweifel auf die Stelle oben. Das sind wir. 5, 4, 3, 2, 1, 0, Stelle! 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 6, 3, 2, 1, 0, Stelle! 6, 4, 3, 2, 1, 0, Stelle! 6, 4, 3, 2, 1, 0, Stelle! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020